Flasche leer oder Laden leer oder was auch immer, du siehst ein riesen Chrissy-Müssi bei mir da im Blumenladen. Es hat gewütet und gemacht. Ich hoffe, ihr könnt da sehen, dass ich da wirklich heute was gemacht habe. Ja, es ist so viel gegangen heute. Ich habe so viele Tulpen ausgeliefert, auf die Post gebracht. Ich glaube, die Damen im Postbüro haben gedacht, was geht ab? Ist da Wasser drin oder so? Hat sie gefragt und dann wurde noch gepflanzt und dies und jenes gemacht heute. Und wenn ich das gedacht hätte, heute vor einer Woche, dass ich so im Stress bin, seid eh und je, wenn ich da hier noch euch zeige, die leeren Kübel und die Kisten, die schon wieder bereitstehen für morgen. Weil morgen ist wieder noch ein Tag und morgen kannst du auch wieder Tulpen bestellen. Also bestell sie heute Abend für morgen und dann kann ich die noch ordern, dass ich da für morgen wieder frische Tulpen bekomme. Du kannst natürlich auch sagen, du möchtest irgendwas dazu, noch einen Schokohase oder du möchtest zum Beispiel, ja, irgend sonst was, da so schöne Schnecken, die hat auch schon einige bestellt. Also, du kannst sagen, was du willst, ich besorgst dir, ich mache das, dass du schon bald tolle Sachen in deinem Haus hast, weil der Frühling, der ist da. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche Pflanzen, die kann ich in der Region liefern, aber weiter wird es dann schon kompliziert. Und wenn du sagst, so einen Frühlingskranz, dann brauche ich, ich sage dir, sorry, es braucht noch einige Zeit. Ich habe noch so viele Pendenzen und ich bin heute morgen wieder um 5 Uhr hier im Laden gestanden und jetzt ist kurz nach 6 Uhr und ich bin einfach durchgezogen. Also, ich habe wirklich brutal Stress gehabt. Und das freut mich, weil ich bin ja für das der Blumenmann, weil ich einfach ein riesen Chaos haben will und weil ich einfach Spaß haben will. Ja, eigentlich wollte ich euch zeigen, wie ich so eine Kiste einpacken, eigentlich wollte ich euch mein ganz vollgepacktes Auto zeigen, aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen, weil es einfach so brutal intensiv war. Also, ja, verzeihe mir das. Wenn du jetzt sagst, hey, Blumenmann, ich will noch Tulpen, dann unten hat es einen Link, da kannst du Tulpen bestellen und morgen verspreche ich dir, ja, gibt es hoffentlich einen Vlog, wo ich dir zeige, wie man die Tulpen fix schnell einpackt. Und ich hoffe, ich bekomme Feedbacks von euch, die alle jetzt dann morgen Tulpen auf dem Tisch haben, dass alles gut geklappt hat. Ja, ich möchte heute wirklich noch Danke sagen. Meine Frau, die dreht fast durch, weil ich so extrem viel arbeite und man sich doch eigentlich vorgestellt hat, ja, der Blumenmann, der ist jetzt etwas mehr zu Hause, man hat etwas mehr von ihm. Oder auch meinen Kollegen, dem Jokku, herzlichen Dank an dich, dass du mir heute einfach so schnell aus der Patsche geholfen hast und einfach kurz fix schnell für mich da geliefert hast. Ja, ich bin so dankbar. Ohne Kontakt haben wir das gemacht. Und Youssef von Faye, der hat mir da Gartoschachteln zur Verfügung gestellt, weil so viele Schachteln reingekommen sind. Ich mache da noch einen Link von Faye rein, wenn ihr sagt, ah ja, ich will mal schauen, was da der Nachbarladen von Blumenmann so verkauft. Da könnt ihr schauen, was auch diese Firma verkauft, weil die hat fast alles an Lager, was man braucht. Das kann online bestellt werden. Hey, ich hoffe einfach, es hat euch Spass gemacht, kurz auch in meine Gefühle zu sehen. Es brodelt, es pochert mein Herz. Ich war wahnsinnig glücklich, aber auch etwas gestresst wegen so einem Tag. Ja, ich sage dann einfach, bestellt noch Tulpen, ich kann noch ordern. Bis um 8 Uhr denke ich, 9 Uhr kann ich noch ordern. Und wenn ihr später seid, ja, dann wird es etwas, wie soll ich sagen, schwirr. Also, Versand in der Schweiz, Lieferung in der Schweiz ist möglich. Und ja, schaut einfach nochmals schnell in den Brummladen, er ist wieder leer und er wird wieder voll morgen mit neuen Waren, damit ich wieder ausliefern kann. Hey, ich bin jetzt mal weg, weil morgen ist noch Beerdigung und, und, und. Also, schaut einfach wieder rein, morgen Abend, wenn der Blumenmann euch zeigt, was so mal abgeht. Tschüss, tschüss und weg bin ich dann. 我說, dann ... ... ... ...